ja servus leute ich kämpfe mich jetzt wieder für euch durch die borderlands welt aber ich wäre nichts ohne den smoker an meiner sehr muskulösen seite ja wir haben wir jetzt hier alles durchgerockt und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig als mission zu helios zu machen wir sollen ja angeblich eine roboter armee dabei haben aber ich glaube erst wenn wir sehen und dem werden wir uns jetzt widmen und da wünschen wir euch viel spaß dabei und auf geht's auf zur schnellreisestation und abspann wir wissen ja selber noch nicht also ich zumindest nicht ich bin marschbereit wie lange das spiel ja überhaupt geht also ja ich habe mir jetzt auch nicht spoilern lassen von irgendwelche let's plays sondern lass mich überraschen von dem her weiß ich jetzt auch noch gar nicht was jetzt kommt ja das war klar die schnellreisestation hat uns anscheinend getrennt das ändert aber nichts am plan die zur kommandozentrale des auges der helios deaktiviere den laser ohne ihn zu beschädigen rette den mond und werde für immer zum helden klingt das gut natürlich klingt das gut okay moment und los was kockert beiden schilden aber also naja nichts gescheit 15 22 körper uuuh Erfahrung alter werden ja graffiti gemacht was die sind voll die kunstler mindestens die krass ist ein scheißdreck gegen guck mal der simulierter und der ja hier ist der simuliert ja ja simulant der sollte eigentlich kämpfen mit uns erstmal loot ey der schläft er auch schlafen alle alter die simulanten hier ja da will ich auch arbeiten ja ne dafür kriegen die kohle aber voll ey wenn uns einer so arbeiten würde ne ja ich bin immer noch dabei mich an die maus zu gewöhnen muss ich ehrlich gestehen aber ich glaube das klappt schon ganz gut stimmt ja du hast ja ein bisschen neues equipt ne ja ich glaube aber es klappt besser wie bei left for dead ja beim kann man verkaufen weil man die muse dazu hat ja ok ich glaube wir müssen hier durch falls wir hier durch kommen ja oh katex das war so klar dass du den alarm auslöst ooooh das sind maschinen jawoll Oh! Jawoll! Krass, das Ding geht voll ab! Hä? Wieso treffst du den nicht? Jetzt! Hä? Wo ist das Ziel? Ab ist! Genau auf den Nischel! Oh, der brennt! Der brennt! Guck dir den an! Der schreit! Jaja, klötscht ja! Ey, die ist voll cool, die... Der Sturmgewehr! Richtig cool! Ich hab dir keinen Schrock vorgegriffen! Ja, nun mal zur Info, also ich habe ja auch die Kaffschützenknüfte gewechselt Allerdings jetzt ohne Elementarschaden, aber von Grund auf eigentlich, also von Grundschaden her besser Was zum Teufel soll das alles? Ich habe sie gefeuert! Sie werden mir danken, sobald die Helios wieder in Hyperions Händen ist! Oh! Was haben Sie mit der Station angestellt? Die Farbgebung ist völlig... Ja, rot und schwarz war ein bisschen düster Oh, da kommt der Raumschade! Das Topiker finden Sie nicht? Außerdem, Sie können mich nicht feuern, das haben Sie nämlich schon! Und tschüss! Keck nicht abzuschießen! Oh, mit Fernseher ist er schon hier! Oh, cool! Die Station scheint im Großen und Ganzen noch heil zu sein! Und du? Alles okay bei dir? Die KI zu killen hat echt Spaß gemacht! Darum, ja, mir geht's gut! Danke der Nachfrage! Cool, wir treffen uns später, dann können wir weiterreden! Boah, ist aber auch ne geile Gegend! Ja, ne? Kein nix, dort simuliert noch einer! Links auf dem Vordach! Das sind alles Brüder! Guck dir mal die Gesichter an! Da sind doch schon keine Trillinge mehr! Das sind schon vier Linge oder fünf Linge! Oder zehn Linge! Der Geschwader! Warte mal! 100 Linge! Ey, das wollte ich auch machen! Ey, die können sich tarnen! Oh, ja! Die tarnen sich! Wie kann man die enttarnen? Ich hab einen enttarnen, der brennt, siehst das? Jawoll! Ah, das gefällt mir! Oh Gott, ich bin eingerostet! Oh, der hat zwei Sterne! Du hast keine Chance! Ah, die Maus! Ich pack's nicht! Halt dein Maul! Wo schießt's denn der Brot? Also ich glaube, ich würde mir wieder nachholen! Eine mit! Hä? Ey! Gibt's doch nicht! Der hat's versucht! Hast du's gehört? Wo bist du? Jawoll! Ah, hier unten! Auf dem Vordach! Beim anderen! Ey, guck mal! Wo? Hier! Wir hätt ja auch runter gehen können, oder? Ja, aber es wär langweilig gewesen, ne? Oh! Alter! Geil! Ey, die züchten hier die Viecher in den... Gläsern! Dingens hier! Guck dir das an auf dem Bild! Ja, hab gesehen! So cool! So cool! Was ist hier? Cool! Oh, hör auf! Von hier ist er mal hergekommen! Oh, man merkt, dass hier übelste Schwerkraft ist! Ja! Ja! Da kommst du wieder auf dem Mond! Da haben sie Raumschiff! Oh! Da ist ein Roboter, Alter! Hey! Machen wir mal Explosion, oder? Oh! Krass! Oh! Was war das? Ist der aufs Melk geflogen? Ja! Der ist hin! Der ist explodiert! Der ist explodiert! Oh, gut zu wissen! Oh, hier! Noch so... Hä? Oh! Hä? Warte mal! Müssen wir euch mal koordinieren! Warte mal schnell, bevor wir weiterrennen! Wie wartet man schnell? Wollen wir ganz schnell warten! Jetzt! Und jetzt! So bin ich eigentlich! Ey! Rechtsrum müssen wir da! Ich hasse es mich zu verlaufen! Wie ein Flügel! Laut Karte! Hast du Red Bull getrunken? Da vorne! Auch, ja! Ah! Deshalb die Flügel! Halt! 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 Ey! Was steht denn dort? Wo? Helios not lost! Ey! Die Knüfte gefällt mir echt! Danke, gell! Hast du wieder zu viel Lippenstift über, oder was? Ich musste zusagen, der Smoker war so nett, weil wir vorhin wieder Waffen gripped haben an der Kiste War das so nett und hat mir die Schrotte gegeben Ich muss ja echt mich bedanken Echt cool das Ding Ey Kadex! Komm mal her! Wo? Das sind bestimmt solche Platten, wo wir drauf springen müssen Oh, ja! Was auf! Der kommt doch nach! Oh! Was war das? Oh! Fett! Warte mal! Alter! Brauche ich Ding! Kritisch! Jawoll! Oh! Oh! Jawoll! Boah sind wir gut! Ey! Das müssen wir bestimmt synchron machen! Oh! Der ein Glück! Geländer im Weg! Oh! 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 Ich hab ja ne ultra geile Granate jetzt! Wo! 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 Lass mich mal ne Granate werfen! Aber net auf den einzelnen! Wow! Wow! Puscht er sich vor hinten ran ey! Ich pack den! Ich pack den! Ich pack den! Hä? Wollte? Wer schießt denn? Ach du schießt! Ne! Ich schieß nicht! Doch hier! Ja! Ich bin hier! Ich hab der! Jawoll! Der war gut! Ja! Komm mal mit! Wir müssen das jetzt unbedingt mal ausprobieren! Wo war denn das? Ne hier nicht! Warte! 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 Da drüben! War das hier? Das sieht aus als ob wir so rund springen müssen! Eins! Zwo! Drei! Okay! Eins! Zwo! Drei! Das war Club nicht ganz getankt oder? Äh wir müssen da was für ein schweres drauf stellen ne? Ja was denn? Hm! Stammt! Steward an die Klettstrap-Verkaturwerkstatt! Beschwerden in Bezug auf Tanzenabhängungen! Ja was denn zwar nicht schon? Vielleicht schon da oben? Ehh das bringt's doch wirklich! Ja nicht noch! Aber mit dem Sturmgewehr bin ich nicht so ganz zufrieden! Welchen? Was scherz ab hier das 411 mit den Raketen? Das hatte ich auch schon! Also so ähnlich! Hm! Vielleicht kriegen wir's später auf! Ganz schön hell hier alles ne? Ja ne! Aber das ist das bloß bei mir so! Aber ich glaube das ist immer so! Wo müssen wir? Keimars! Jo jo! Sag mal Caddix! Kenn dich! Hast du zu viel Lippenstift über oder was? Ja! Was was kritzelst du mich hier ständig so rum? Tut mal leid! Das ist meine künstlerische Arne! Ah! Und hier auch oder was? Außerdem ist das Blut! Es ist Blut von den Gegner! Ah jetzt auf einmal Blut! Hey hier ist noch so ein Ding! Was ist das? Also Sprungpads sind's schon mal ne? Komisch! Warte mal! Dort hin müssten wir! Aber hier geht's auch noch lang! Ah! Das wollte ich auch grad machen! Wo? Ja! Vor allem ja grad! Jetzt haut der ab! Ah! Oh! Oh! Ich glaube nicht, dass ich mich gewinne! Ja! Sau coole Beute! Caddix! Du siehst doch wohl nicht mehr gesund aus! Ja! Das geht noch! Wenn ich noch einen Gegner habe! Warte! Lass mich denn! Los! Komm auf die Weile! Da sind zu viel! Oh! Das ist ein Ding! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Boah! Fan! Der explodiert gleich! Boah! Aber was für ein Bereich! Ey! Eeeh! Kanade! Ey! Ja, mach doch mal! Das Köpfle nochmal! Nein! Wow! Shit! Nein! Oh! Warte! Mach ich doch ne! Danke! Wir haben sogar einen Trait in sich. Ja, die Roboter-Menschen. Hey, falsche Waffe. Pass auf, der explodiert. Wow. Was? Wir sind die Guten? Das klappt schon kaum. Der ist auf mich geschossen. Boah. 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 Schaffst du es? Ja. Ich finde dich aber auch nicht. Wo ist denn da hinten? Dort hinten bist du. Abner. Ohn Stein ohne Ende. Wer braucht die noch? Alter, guck dir das an, das ist ne fette Waffe. Haben will. Haben will. Wow. Alter. Ich will die haben. Du, äh, mach mal schnell dein, kurz dein Schildern. Schildern! Angehend. Das ist ein fettes Teil, ey. Ist doch ne Schrot, hä? Ja. Oh. Ey, damit rotzt die jetzt echt jeden Gegner weg. Ey, hier gehts auch noch lang? Oder sind wir von hier gekommen? Ich hoffe, dass da nicht noch ein Teil bekommt, der das ist. Ey. 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 Da läuft was rum. Da läuft was rum. Oh. Kriegen wir das auf? Schaut blöd. Der sieht merkwürdig aus, der Roboter. Hat der Klamotten an? Ja. Oh Gott. Ein Mini-Rock. Wir sind gerade im Kreis gelaufen, oder? Ja, das Gefühl. Warte mal. Ne, wir sind ja durch die Tür nochmal durch, weil wir schauen wollten, was der war. Warte mal, dann schauen wir mal nochmal zurück, weil da muss ja irgendwas gewesen sein, dass die dich so bewachen. All of Helios. Was denn das? Da kann man was drücken. Und Lauren sequit an Bord und formte die Hyperion Corporation zu der zielfältigen Supermacht, die sie heute ist. Aha. Okay. Ich hab mir jetzt gerade gar nichts von gemerkt. Irgendwas mit Hyperion. Und Supermacht. Wäre so jetzt auch wohl in ihr hängen geblieben. Oh, Wasser. Ui. Guck dir das Ding an. Oh. Warte mal. Du stellst genau davor? Oh. Ey, da ist noch einer. Wo? Wo denn? Ja, warte ich denn nicht. Wo? Bei mir hängt da noch ein Gegner rum. Wo denn? Hier, genau vor mir an der Ecke. Hier ist nichts. Was? Oh, so ein Bug hat ich glaube auch schon mal. Oh, der geilste Bug war bei mir immer noch, wo du so auf dem Boden rumgerutscht bist, also ob du auf so einer Harley sitzt oder so. Hahaha. Äh. Verdammt, wir haben gleich die 20 Minuten erreicht. Wir haben immer noch nichts Ziel gefunden. Ach, da hinten. Hier liegen Waffen. Oh, die sind sau schlecht. Hier geht's laaang. Lass mal gucken. Wo bin ich eigentlich? Hm. Oh. Oh, ja, Clark hat ich's. Sie hat den Weg gesperrt. Wir kommen nicht das Auge der Helios heran. Aber wir haben das Störsignal doch abgeschaltet. Ich... Na gut, komm wieder in mein Büro. Vielleicht können wir die Systeme von dort deaktivieren. Gott, ich hasse diese Tossi. Sie sind in der Helios. Feuer intensivieren. Oh, verdammt. Sie fokussiert den Laser. Na, klasse. Na, die wollen ja wohl kaum auf sie selber schießen. Äh, keine Ahnung. Der Helios muss doch alles tun. So, 3 und so Euro, wie die alles sind. Na, wir müssen auf jeden Fall davor. Oh, das ist ja dann auch erst in der nächsten Folge. Jop. Ja, Leute. Äh, wir werden ja auf jeden Fall in der nächsten Folge, äh, schauen, dass wir in den Saibero kommen und ihn versäckeln, damit es hier wieder nicht geklappt hat. Ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. War zwar geballert, aber... Äh, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall in der Mission weiterkommen. Ja, bis dahin unterstützt uns doch mit, äh, Kommentaren, Abos oder auch Kritik. Ja, bis dahin sage ich Servus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.